Zu dieser Seite unseres Hauses sagen, wir hatten bis 1978 keine Nachbarn, also kein Vater, solange das Haus neben uns in der Notatürze 9 noch nicht gebaut worden ist, in der Früh beim Rasieren im Spiegel sogar einen roten Berg gesehen. Und das Haus hatte lange in der Mitpflanken-Fassade, die meine Schwester erst entfernen lassen, weil die schon baufähig sind.